So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Hier sind noch die Lakaien von Professor Chaos, die uns eigentlich umbringen sollten. Aber ja, was willst du schon von Hamstern? Gehen wir mal weiter, aber musiktechnisch wieder urgeil. Level-Design, extremst geil, so wie im Stripschuppen. Sehr, sehr gut gemacht. Cool. Und eine Spinne, okay. Ist das nichts zum Looten da? Anscheinend nicht, okay. So, hier brauchen wir Captain Diabetes. Hier haben wir was. Danke. Na? Okay, packen wir es an. Und los geht's! Jetzt ist uns das Ding im Weg, Alter. Hab keine Furcht. Wundersch wird seine fantastischen Zeitkräfte verwenden. Jop, das werde ich. Und zwar zurück bitte damit. Siehst du? Hey, ich hab auch coole Kräfte. Oha, ihr werdet meine uneinnehme Abfassung. Ihr habt schon Teile verbunden. Ja, das habe ich. Oder das haben wir, besser gesagt. Da ist nix. Ah, hier liegt was. Kann ich da schon durch? Gesperrt, okay. Da braucht man gar nicht probieren. Irgendwas zum Looten hier? Nein. Gut, dann nehmen wir das. Ich sehe euch. Dachtet ihr wirklich, ich hätte keinen Plan B? Bist du euch klar, wie viel er Lakaim mal mit 20.000 Dollar kaufen kann? Ach, das geht nach Hause. Wir suchen nur eine verschwundene Katze. Das könnte euch so passen, Coom Friends. Butters, wenn dir jemand Geld gegeben hat, steht das rechtmäßig unserem Franchise zu. Uns allen. Oh nein, weißt du? Mehr Geld heißt, mehr Lakaim. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Also, ihn müssen wir mitnehmen. Die zwei können wir austauschen. Coom, seine Ultimate ist schon geil. Ich brauche aber einen, der drauf hat. Entweder super... Nein, ich nehme lieber Captain Diabetes. Ich bin ein Fan von Captain Diabetes. Der Captain ist da. Ab geht's. Okay, du machst mal Blutungsschaden auf den... Ja, leider Gottes auf den Hund. Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Ich bin grad nicht gefragt. Ja, macht den Handwerker platt. Ich baue euch auseinander. Haha, Siedler kein. Karosse greift ihre Seelen und reißt sie in zwei. Tut es nicht? Tut es wohl? Nein. Doch. Tut es nicht? Tut es wohl? Nein. Doch. Okay, darf ich jetzt wieder? So. Ich habe einen Cut gesetzt. Ich bin angerufen worden. So, schauen wir mal. Ob wir da irgendwen erwischen. Das ist so komisch. Den würde ich erwischen. Die zwei würde ich erwischen, wenn ich da oben stehe. Dann machen wir das. Die schlagen wir uns, Professor. Nicht schlecht, Chaos Lakai. Chaos Lakai. Okay. So, ich bin dran. Jupp. Ähm. Ich kann ihn zurückdrücken. Dann ist er mal weg. Und er kriegt auch noch Rückstoß. Wegen den Hund. Passt? Diabetes fürchtet Chaos nicht. So, Diabetes. Ah, okay. Sehr gut. Ja, die packen wir easy. Feucht ihnen, Lakai. Entfesselt das Chaos. Au. Scheiß Chaos, Lakai. Auf die Kuhn. Wartet's. Den Zug nehmen wir weg. Kuhn and Friends. So, du gibst ihm einmal Blutung. Gegen meine Lakain-Horde müsst ihr euch schon mehr anstrengen, Kuhn-Freunde. Mit was wirft er da? Mit CDs? Poolshed gegen Chaos, Lakai. Kämpf. So, da treffe ich beide. Dann stelle ich dich daher. Fick dich, Chaos. Ihr armseligen Chaos-Werkzeuge. Los geht's, Neuer. So, entweder auf den Hund oder auf ihn. Er wird wahrscheinlich eh verbluten, wenn er drankommt. Aber Captain Diabetes könnte auch auf den Hund losgehen. Ich glaube, der kann keine zwei Schritte da rauf gehen. Dann würde ich nämlich den da angreifen. Probieren wir es einfach mal. Machen wir mal den Hund weg. Steh auf, sonst fliegst du aus meinem Superschuppenteam. Ich ess Chaos zum Frühstück und kack ihn aus. Sehr gut. Du, Lakain, haste Lakai. Du bist so, als hätte das richtig wehgetan. Es ist Zeit für Zerstörung. Entropie. Was packst du im Unterarsch? Schreckt eure Mitlakaien, Lakain. So, ich würde aber gerne die Ultimate von Toolshed sehen. Das heißt, wir überspringen den Zug. Hab keine Angst vor diesen Suprapellern. Ha! Dein Angriff steigert nur mein Zau. So, und jetzt schauen wir uns die Ultimate mit Toolshed an. L1 und viel Spaß. Professor Chaos ist noch nicht mit euch fertig. Das ist der erste Anfang meines Plans zur Vernichtung der Galaxie. Das war's dann wohl. Ha! 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 Von wegen Kuhn! Oh, scheiße. Und was jetzt? Dank meines Geldgebers konnte ich noch mehr Lakaien anheuern, die alle für den Mindestlohn oder weniger arbeiten. Vamonos! Vernichtet die Kuhn-Friends! Kuhn and Friends! Wir müssen ihm mal unseren Teamnamen einprügeln. Jetzt ist Kuhn-Time! Kleiner Gringo ist muy malo. Ja, aber es hat alles gut Geld, Aiso. Mexikaler? Okay. So. Äh, tun wir mal einen verwirren. Ja, tun wir den halt verwirren. Das ist ja eh wurscht. Das hat man von zweitlassigen Lakaien. So, du gehst mal da rüber und tust den da wegrambolen. Ja, du gibst den jetzt einmal einen davon geben Blutung den da da. Das ist gut, dass wir den verwirrt haben. So, dann machen wir wartet einmal, wir probieren den einmal. Gehen mal einen Schritt nach vorne, dann würden wir den da unten aber nur treffen. Den oberen leider nicht. Wir können aber auch heilen mit ihm. Ja, das machen wir. Wir heilen beide vor uns. Dankeschön. Ich danke trotzdem. Okay, du kannst den einmal zurückhauen. Du kannst den da. Oh, ich bin ein paar Worte. Ja, ich bin ein paar Worte. Es ist ganz wichtig. Ich bin ein paar Worte. Ich bin ein paar Worte. Ja, ja, jetzt warte mal ganz kurz, Kun. Ja, keine Ahnung. Der da unten ist eigentlich fast da und der kommt aber auch nochmal zum Zug. Er stirbt, nein, er hat zu viel HP-Punkte, aber er hat Blutung. Schauen wir, dass wir einen wegkriegen. Und zwar den da, oder? Haben wir einen wenig, ja, wenigstens. Und der eine, also der rechte ist noch verwirrt, der könnte noch auf seinen Haberer losgehen. So. Ei, ei, ei. Sehr gut. Nageln wir sie nieder. Sehr, sehr gut. Wartet, ich überlege gerade. Ich stelle mich da her. Und mache den hier. Der da oben macht rein gar nichts. Okay, Moment. Ah, du mal wieder verwirren. Wäre der weg? Nein, der wäre auch nicht weg. Vielleicht tut er sich aber selber niederprügeln. Er ist eh als nächstes dran. Warte jetzt einmal. Ich stelle mich mal da her. Erwische ich den? Okay, da würde ich aber nur den oberen treffen. Na, ist ja wurscht. Da ist nur noch Matsch in der Birne. Das deine Dinero-Helflut hört nicht auf. Käpt'n Diabetes ist kampfbar. So, wir können den jetzt wegräumen mit Käpt'n Diabetes. Das machen wir auch. Oh Mann, Leute. Das war echt gemein. So, und Kuhn trifft ja alle. Er trifft ja alle auf dem Feld. Deswegen habe ich mir das jetzt aufgehoben. Das heißt, der da oben stirbt und der rechte kriegt mal Blutung. Das ist auf jeden Fall gut. Und die Ultimate von Cartman, die ist ja absolut legendär. Wieso lebt er da oben noch? Wieso lebt er da oben noch? Der hat einen HP, stirbt aber beim nächsten Zug. Eieieiei, wer ist denn das eh er? Danach komme ich dran. Dann machen wir ihn zuerst mal weg. Wenigstens habe ich einen Dead. Okay, wir stellen uns da her. Und schießen einfach mit unseren Laser drauf. Wunder aus, haut alles raus. Ich bin dran. So, Captain Diabetes, kannst du das ganz komplett? Nein, kann er nicht. Leider, leider. Na gut, dann stelle ich dich da rauf und du den Zug mit dir beenden. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. So, Kuhn, du kannst aber auch einen Vorwärtsdrill. Ja, sehr gut, Kuhn. Mach ihn fertig. Kuhn, Kuhn. Kuhn, Kuhn. Kettin Diabetes, veraltel Professor K. Aus bösen Plan. Alter, nicht labern unspielen. Das darf nur der Kuhn. Level ab. Sehr gut. So, ganz kurz. Von da sind wir gekommen. Von da oben irgendwo ist Human Kite gekommen und der Kuhn. Kann ich da durch? Tatsächlich. Hier haben wir was. Sonst kann ich mich nirgendwo hin bewegen. Okay. Und da dahinter war ja auch nichts, oder? Nichts versteckt. Nichts. Gut. Was haben wir hier? Jetzt kann ich durchgehen. Okay. So, da oben haben wir mal was. Kannst du da raufklettern? Ja, sehr gut. Ödland Anzug. Weiter nach hinten kann ich nicht. Ich kann aber das TNT da anzünden. Was sich nicht wirklich was gebracht hat. So, wenn ich da in den Laser reingebe, bin ich wahrscheinlich, äh, johi. Das heißt, wir müssen den Laser deaktivieren. Das machen wir halt wieder mit den Furz. Und zwar Pause. Schnell durchlaufen. Und ich sehe schon, das TNT hätte man da rüber schieben müssen. Das Gute ist, dass wir halt wieder zurückspulen können. Okay. So, daher. Ansonsten gibt's nix, oder? Nicht, dass ich was sehen würde. Danke. 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 Sonst noch irgendwo was da? Nein. Okay. Mit Humankind müssen wir rüberfliegen. Na, dann komm mal her. Tschüss, Papa. Danke. Okay. Da können wir runter. Was bringt sich das? Aha. Aha. Wie komm ich da jetzt runter? Ah. Okay, ich verstehe. Zurück. Ich hab nicht gewusst, dass man oben rund um ein Dumm gehen kann. So. Aber jetzt. So, kann ich da rein? Tatsächlich. Eieieie. Jetzt muss ich wieder alles zurückgehen. Okay, wurscht. Die Kiste hol ich mir trotzdem. So. Gut, dann kann man den Furz immer wieder einsetzen. So, und das war's. Das waren nur die zwei Kisten da drinnen. Sonst ist nix rauskommen. Kein Yaui. Nix. Okay. So, hier brauchen wir wieder so eine, ja keine Ahnung, so ein Luftdruckgerät. Das können wir mitnehmen. Kann ich da nach rechts gehen? Tatsächlich. Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht. Zerbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Wer zum Henker ist das? Das stimmt mit dem italienischen Restaurant. Es gehört zu einem neuen Verbrecher-Syndikat. Wer zum Henker ist das? Ich hab keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Kunstagramm? Es gibt einen neuen Player in der Stadt, der alle Gangsterfamilien vereint. Okay, cool. Danke. Tschüss. Du meinst so eine Art Oberboss? Leute, haltet bloß die Klappe. Wir spielen nicht mit ihr. Sieh dir mal Lagerhalle 56D an. Und hier. Nimm das. Ruf mich, falls nötig. Ich glaub, du wirst über Hilfe froh sein. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spaß für einen Superheld. Jetzt lasst uns einfach Scramus finden, okay? So. Hier können wir nix machen. Und wir können jetzt auch Callgirl anscheinend anrufen. Das nehmen wir mal mit. Na, was ist mit dir da oben, hä? Verpiss dich. Ja, genau. So, dann schauen wir mal. Das haben wir noch nicht, das kaufen wir uns mal. Von denen haben wir fünf. Dann erhöhen wir auf zehn. Wiederbelebungsserung haben wir elf. Das sollte reichen. Sportflaschen können wir uns kaufen. Machen wir mal zehn Stück. Totia, das passt. Okay. Gehen wir weiter. Ähm, wie komm ich... Der Weg ist versperrt und wir haben keinen Kompressor. Sag, Gasse. Eine Superkraft, die nur mit einem Kompressor funktioniert, ist voll schwul. Das hier ist nicht Zelda. Fick dich, Kuhn. Hier, nimm das. Ich sehe hier sonst keinen, der Lava bewegen kann, Kuhn. Gut geschoben, Wunderbar. Danke. Maximales Wiederbelebungsserum. Das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. So, sonst haben wir hier nix. Ich hoffe, ich habe kein Yaoi übersehen oder sowas. Ich hoffe es. Welche stabile Kiste hast du da? Was mache ich mit der Scheißkiste? Was willst du, dass ich... Achso, du willst, dass ich da drüber kletter, gell? Oder? Hier. So. Na. Danke. Wir können weitermachen. Gute Arbeit. Clever gelöst. Danke. Komm mit. Urviel Schrott. Das können wir dann alles verkaufen? Da runter gehen können wir aber nicht. Na dann rein da. Vorsicht, rote Haare. Wisst ihr was, Professor Chaos, für diese Stadt platt? Hey, du und Wattas übertreibt ein bisschen. Ja, ihr braucht mal ne Abreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst. Kante, pass auf. Ha. Lakaim, warmanus. Na dann gehen wir's an, oder? Generaldesaster. Ihr habt keine Wahl, Kuhnfreunde. Der Boden ist Lava. Gleich jedenfalls. Ha, ha, ha. Verneig dich vor dem... Auf den Rotschopf. Er hat ohne Ende Lakaid. Jo, mach mal. Du gehst einmal da nach vorne. Nämlich mehr, glaube ich, kannst du eh nicht machen. Vor dir ist ja keiner. Den du angreifen kannst, Kuhn. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat. Mikroaggression. Schlag ihn. Jo. So, das... Hast du das gesehen, Meister? Das hat jetzt nicht so viel wegnommen. Du stellst dich mal da vorne hin. Ah. Das Problem ist... Ja. Dann machen wir halt den hier. Besser als nix. Oh, der Schrauber. Ha. So, Hunde haben wir viel Werkzeug geklückt mit der Kreiswege spiel. Du kriegst das hin? Jupp. Ich krieg das hin. Ich tu mal einen verwirren, und zwar den ganz hinteren da. Sehr gut, Wunderarsch. So. Ja, ja. Geh nur auf deinen eigenen los. Sehr geil. So, und tschüss. Geiler Schlag. Mann, Lakaien, zu mir. Für extra Chaos. Die Welt wird ein Chaos sein, und Lava soll die Erde bedecken. Und? Aus dem Weg, Kuhn-Freunde. Daddy ist da. Wurscht. Hauptsache er kriegt Blutung. Du hast dich beim Manscaping geschnitten. Wer hat hier den Abriss bestellt? Zurück. Der Käpt'n salutiert dir, Toolshed. Ja, okay, danke. Zeig ihnen, was du drauf hast. So, du bleibst da. Da. Du hast dir echt voll auf die Kacke. Warte jetzt, den Zug nehmen wir weg. Ja. Dein Zug gehört jetzt Kuhn-König. Pandemonium! Ha! Du bist jetzt Chaos, Bitch! Euch krieg ich ihr Sackschrei. Diabetis stellt sich daher. Das wird wehtun. Haha! Weniger, nur noch 843 übrig. Scheiß auf die Lackauer Miniboss-Status berecht. Diese Gutmenschen widersetzen sich im Chaos hartnäckiger als erhofft. Was hast du, Schlampe? Dein Arsch kommt als nächster dran. Haha! Egal! Zähle dich, General Disaster! Chaos! Ende! So, Blutung. Au! Minibosse sind doch immun gegen den Scheiß. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Wir gehen aber auf ihn, da. Nimm das! Ha! Ein klassischer Fall für den Kreuzschlitz! Bin ich dran? Sehr gut. Und wir verwirren ihn einmal. Ja! Rügel für die Gerechtigkeit. Sehr gut! Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht. Die Mechalakaien! Mechalakaien? Alter! Estamos colocados en el modo. Los, Mechalakaien! Vamonos! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Alles gut. Lo mejor es que paguen por las horas extras. Au! Zisch ab! Gegen Zuckerzorn sind Max los! Das stimmt. Ab geht's! Gib ihm! Einmal zurückdrängender. Scheiß auf die Lakallen! Mach den General fertig! Da kommt! Und? Okay. Er richtet wieder aus. Das ist für Skrömbels, ihr Bakker. Kuhn greift an. Erwischt ihn. Sehr gut. Hier kommt der Kuhn. Ja! Danke fürs Rumstehen wie ein Riebenscheinwerfer. Mann, Lakaien zu mir! Listo para trabajar! Alter, hör auf! Los geht's! Du stellst dich da her. Zurück! Wie aus einem Steven-Figalfilm! Auf Sie wurde auf! Ich bin dran. Die drängen ihn einmal... ...da nach hinten. Ja, nicht schlecht, neuer. Komm, 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 komm. Ah! Ich sag noch, Professor K. Na, seid ihr nicht gewachsen? Ich kenn für Dance-Star, oder? Hau hin! Oh Mann, ihr verliert ja! Gott sei Dank. Das war knapp. Aber wir haben hier eine DNA, ein Artefakt gefunden und 1 Dollar und 43 Cent. Und 100 Erfahrungspunkte. Ich glaub, das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment. Super Craig? Oh mein Gott, Super Craig! Super Craig, halt durch! Scheiße, ohne Kompressor krieg ich die Lava nicht weg. Halt durch. Wir finden was, wo wir Toolshed-Sandblaster anschließen können. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig. Wir werden dich retten. Mach was, Toolshed. Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann holt den vom Eingang. Die Tore sind verrammelt, schon vergessen? Schaut okay, Leute. Wir alle wussten, als wir Kuhn-Freunde wurden, dass es mal so enden kann. Ruhig bleiben, Super Craig. Wir holen dich da raus. Sorry, Kuhn. Aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein! Mein Leben zieht an mir vorbei. Wege, die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich einen scheiß Kompressor! Das machen wir aber allerdings erst im nächsten Part. Ich hoffe, dass es euch wiederum gefallen hat. Macht's euch gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.